Facebook hat im Internet die Möglichkeit, das Nutzungsverhalten von fast jedem zu beobachten und anhand der gesammelten Daten über persönliche Eigenschaften der Nutzerinnen und Nutzer zu lernen. Das gilt auch, wenn sich Nutzerinnen und Nutzer explizit dafür entschieden haben, Facebook nicht zu nutzen. Schattenprofile sind Konsumentenprofile, die Online-Dienstleister von Personen erstellen, die diese Plattform oder die Dienstleistung gar nicht benutzen. Das heißt, sie stehen nicht im direkten Geschäftsverhältnis mit dem Dienstleister selbst. Es wird vermutet, dass Facebook zum Beispiel solche Schattenprofile erstellt, um zielgerichtete Werbung auf der Facebook-Plattform selbst und auch außerhalb von der Facebook-Plattform zu schalten. Facebook kann Schattenprofile nutzen, um Konsumenten zielgerichtete Werbung anzubieten. Diese Werbung lässt sich zu höheren Preisen an Werbende verkaufen und somit kann Facebook einen größeren Gewinn einfahren. Die Europäische Datenschutz-Grundverordnung wurde genau für den Zweck eingeführt, um Konsumenten vor dem sehr weitgehenden Sammeln von Daten zu schützen. Insbesondere wurde damit eine Pflicht für die Unternehmen eingeführt, Konsumenten um Zustimmung zu bitten für die Datennutzung. In der Praxis allerdings wurde dies relativ flexibel und undurchsichtig umgesetzt, sodass in vielen Fällen nicht eine informierte Zustimmung wirklich gegeben werden kann. Facebook kann außerhalb seiner eigenen Plattform knapp 50% unserer Zeit, die wir im Internetsurfen, beobachten. Das gilt unabhängig davon, welches demografische Profil ich habe und weitestgehend welche Arten von Webseiten ich besuche. Das gilt auch unabhängig davon, ob ich mich entschieden habe, Facebook aktiv zu nutzen oder nicht. Viele Webseiten, die wir besuchen, laden sogenannte Engagement-Buttons. Das ist so ein Like-Button, auf den man klicken kann, um Ihnen bei Facebook die Webseite zu teilen. Sobald so ein Button geladen wird, wird eine Verbindung mit den Facebook-Servern hergestellt und Facebook kann grundsätzlich sehen, ob wir diese Webseite besucht haben oder nicht. Wir finden in unserer Studie, dass ungefähr 50% der Webseiten, die Personen in einer repräsentativen Stichprobe besuchen, diesen Button haben. Was genau Facebook mit diesen gesammelten Daten tut, das weiß man nicht. Man kann die Plattformen dazu zwingen, diese Engagement-Buttons datenschutzkonform zu nutzen. Denn zur Nutzung der Engagement-Buttons muss man auch den Nutzer oder die Nutzerin identifizieren, die die Webseite besucht. Und hier gibt es Regeln, die man stärker durchsetzen kann und eben angesichts von wettbewerbsrechtlichen Auswirkungen und datenschutzrechtlichen Auswirkungen optimal durchsetzen kann.